Hallo und Willkommen zurück zu Wasteland 3 hier im Bizarre beziehungsweise im Außenbereich. Jetzt müssen wir uns jetzt erst mal umgucken, denke ich. Zitate von Manners. Der Buch von Nauseatingly Correct Manners, Chapter 1, On the Proper Use of Etiquette. Es ist eine gewisse Wahrnehmung, dass Etiquette existiert als eine Art von einem sozialen Staten zu bezeichnen. Das ist, es hilft, als eine Barriere zu halten die Uncivilizeden von ihren Betten. Natürlich, nichts könnte mehr von der Wahrheit sein. Etiquette und proper Manners sind die Glüte, die die Uncivilized Gesellschaft zusammenbinden. und es ist die Aufgabe der uncivilized Menschen, die die weniger Fortunaten zu bezeichnen, für die Wettbewerbung von allen. Proper Etiquette, Gentlereader, ist die Barriere, die soothe die savage Beest. Ok, und scheint so, als ob die Probleme mit dem Generator hier an. Ja, Reparaturkid nehmen wir. Sechs Finger Larry. Der ist bestimmt nicht ganz sauber. Das ist der Typ, hoffnungsvoller, Paris-Handler, hoffnungsvoller, der große Grun. Hm, was ist denn das für einer? Okay. Okay. Ja, ich kann es kaum glauben. Ja, der kann nicht leider. Ähm. Okay. 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 Ja, ja, der ist leicht verrückt. Als Wahrsager muss ich das doch wissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. 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 Was? Okay, gut. Was zur Hölle. Was sind das? Sammelbare Puppe. Ähm. Ist das ein nutzbarer Gegenstand? Irgendwo war doch, der hat es doch einen Schlüssel gab. Wo ist denn der? Ja. 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 Dyes, huh? It'd be just peaches if you could help. I could even pay you a little at least. My dye table is right over there. Okay. Decoration, I suppose. Or, I don't know, really. I didn't think to ask, to be honest. Them? They're hoping someone would sell them an entrance pass or help them get inside. The bazaars got this code, you see? Unless you're a big shot, Flab can't do without, you're not allowed to come in. Anyhow. Flab's the leader of the bazaar. He's a big guy. Which is why everyone calls him Flab, you know? Yeah, yeah, klar. I guess. Yeah. So long. Äh, was? So, Moment. Eine blutrote Farbe herzustellen. Ah, verrückte Wissenschaft. Okay. 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 Okay, 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 okay. Verrückte Wissenschaft, das können wir leider nicht. Aber interessant, dass wir... Wir können irgendjemanden umbringen und dem Zeitpunkt holen. Pulli. Was hat denn Larry hier zu sagen? Ja, proper guy. Who knows? I've only got five fingers on each hand. Same as anyone else. Maybe it's got something to do with the fact I'm good with my hands. I'm not the sort who'd kiss and tell, though. Only that they make more money than I do. Bastards. But to answer your question. Nah, I'm an honest businessman. I don't waste my time with criminals. Why don't you try the manta right? Yeah, the one with the suit. He knows all about the local lowlife. Yeah, das ist immerhin schon gut fucked. I'm no local, but ask me anything you want. I'll see if I can be useful. I don't know if I can be useful. That would be Flab the Inhaler. He leads what's left of the Monster Army. After the Patriarch gutted their ranks. As far as dictators go, he's actually not half bad. The Bazaar? It used to be something else. Now, it's just old and fat. Weezing through its last days. Easy pickings. Me? Nah. I don't got the bonafides. Okay. Schade. What's on your mind? Him? You don't want him. Barrett's got a bit of an attitude problem. Try to peck his way through a kid's skull the other week. Oh. If you insist though, you'll have to talk to Polly yourself, because I got no say in what he's gonna do. Hehehe. Ne, wollte man nicht mit dem, wollte man nicht kaufen. Schade, schade, schade. Ich dachte, das wäre eine andere Möglichkeit. Gut. Dann müssen wir uns noch ein bisschen hier umgucken. Aber zuerst muss ich mich mal um die Katze kümmere. Ihr wisst schon, geht gleich weiter. So, da sind wir wieder. Katze ist versorgt. Und so, wir probieren es doch hier mal. Oh. Oh. Ne. Wir probieren es mal. scheinbar das nur so geklappt mir vielleicht immer noch anleitung oder was weiß ich so warte mal also wir haben immer noch die mit dem motto wenn man auch die Möglichkeit was zu kaufen Monster Armee Leutnant Sprengmeister Sprengmeister warte mal warte mal warte mal bevor wir hier Hüter kannst du uns irgendwas sahen so gucken wir mal was da passiert ja ist besser so das ist unsere lives beneath your feet covered by decades of snow the only way in is through the gate beneath this RV the only people who can open this gate we the Monster Army if you want to get in here you need to do one of two things buy an entrance pass or get an established bizarre merchant to vouch for you sometimes we let Colorado's most famous in but it's been years since such an exception was made more than it should honestly but that's what happens when one party has a monopoly on supply I'm sorry anyway zumindest so sehr ehrlich um wir gucken mal wie viel Geld wir überhaupt haben geht das irgendwo hier 500 500 I hope dann ähm 500 500 500 500 500 ähm zum rasko oder und mehr so farbmische es sei denn mir gucken jetzt hier oben weiter ist hier oben raus oh shit what the fuck bombenhüpfer oh 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 fuck cool da war ein auge das ist hier interessant das ist bestimmt das nikki shit ding das habe ich vorher an und nicht so erlebt kampfanalyse kann es ja so ich würde sagen dann machen wir gucken uns mal an was da hinten ist ich hoffe dass man denn es kommen zwei das ist aber gar nicht gut oh viel schlag viel schlag viel schlag hohohoho nicht gut ist das was mechanisches ist sicht versperrt keine munition mehr was 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 es es ich habe eine verdammte angst das habe ich mir gar nicht geklappt Oh ne 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 Ho 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 Wow Wow einfach nur wow Das funktioniert so gar net Oh Gott oh Gott oh Gott Ich glaube du musst dich nicht erlade Das ist nicht überhaupt nicht gut Toll, mein Kerl brennt auch, super Ähm Gute Arbeit jeder, was What the hell Oh Gott was ein Desaster Ne ne komm das da Das muss man erst mal wissen Und das war dann wohl nix Bombenhüpfer So, die Frage ist, wo sind wir jetzt Und der mal mit dem gesprochen hat Wahrscheinlich Alter Okay, Bombenhüpfer sind gefährlich Die Das ziehen wir nochmal schnell durch Würde ich sagen Können wir doch was anderes probieren Achso, wir machen einfach nur Wir machen einfach nur Nur das Think of your fate Nonsense, you must Fine then I see Apologies Natürlich, natürlich! Der große Gern ist niemals falsch! Nichts kann von Gerns auswählen werden! Ja, jetzt... Das ist alles, was ich sehen kann. Dein Weg ist schwer. Bezüglich den roten Ballon! So, das ist der Mama. Ja. Ja... 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 Komm, wir mal alles durchklicken. So, gucken wir mal, ob du noch was das anhasst. Komm, wir probieren mal was das anhasst. Ha, such a polite sentiment. Thankfully Mr. Manners teaches us to always have a spare suit. I could not leave a fellow civilized soul in dire need. Here, take my spare. I shall fashion myself another. Okay... So, warte mal, vielleicht gucken wir hier irgendwie weiter. Hm, wo ist das Ding jetzt? Der Spare-Anzug da. Ah genau, der komische Larry. Den müssen wir noch abklappern. Damit wir auf dem Stand von vorhin waren. Ja, gehen das dann ein bisschen mal nur durch. Das hat das mit dem Fakt. Aber nur, aber zu answer your question. Ich bin kein Local, aber... Ask me anything you... Me? Nah. Das wäre Flab, der Bizarre. Das war etwas anderes. Jetzt, was das auf deinem Mind? Him? Du nicht ihn. Barrett's got a bit of an attitude problem. Tried to peck his way through a kid's skull the other week. If you insist, though, you'll have to talk to Polly yourself, cause I got no say in what he's gonna do. All right. It's your funeral. Hey, Polly. You hear that, old buddy? These fine folks would like to adopt you. Larry, my buddy, my pal! Come closer. I'll show you how it sounds to me. Larry, sounds like some fucking bullshit. Wasting your time with this asshole. Talk to Polly. Talk to Polly. How am I doing? How am I fucking doing? Great question, dipshit. I'm doing great. How are you doing? You look like a moose fuck your face inside and out. Listen, shit for brains. Someone has to stick around to make Larry's life miserable. That's my job. I love that job. You hear that, Larry? Fuck you! Seems like someone opened up your school and took a massive dump. Polly doesn't need that festering feces drenched piece of garbage. Fuck that! Hey, Larry. I'm leaving. These assholes will pay for my freedom. Am I right, assholes? Alright. He's yours, if you pay the price. But this sounds about fair. Don't you think? Ne. High choice, shitheads! How aren't your balls hanging around someone's neck? Like a pearl neck glass! Go! Told you. Oh Gott. Ne. Ich weiß nur, ob ich den noch an will. Bin ich mir nicht so sicher. So, okay. Dann haben wir immer noch diese 500 Euro Optionen. Wir haben aber auch noch die Optionen, ohne durchzuschleichen. Oh. Okay, guck mal hin. So, nochmal hier nochmal speichern, damit hier nichts schief geht. Ähm, da würde ich sagen, da haben wir hier schon wieder genug Zeit auf der Uhr. Und... Genau. Dann gucken wir mal, was wir nicht schon machen zur Not. Bezahlen wir halt das Geld. Und dann gucken wir uns die Schmugglerbande an. Das sehen wir mal. Gibt genug zu tun. Ich bin da ziemlich gerne noch genug. So, könnte man sich eventuell mal eine Schleiche oder so. Das könnte ich mal probieren. Gut. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.